Das ist mein Geklacht. Grüß euch! Unterwegs in Innsbruck. Was sehen tut gar nichts auf dem Bildschirm. Jetzt werde ich so lange ein Video machen, bis der Akku leer ist. Die haben nichts gespeichert, das ist wohl nicht nötig. Sicher. Schöne, schöne, schöne. Wie ist es? Hier habe ich ihn einmal Feuerzeug. Was hast du? Dein Feuerzeug. Dein Feuerzeug hast du vergessen. Ja, das ist cool. Starker Raucher, aber kein Feuerzeug. Du kannst dir das Ding in die Sonne halten. Und hoffen, dass die Sonne das anbrennt. Ja, und Brillenflaut. Ja, mit der Brücke. Ja, okay. Ach, stark. Ausatmen. Man, das ist brutal, hm? Das war's. Schneiden wir dann einfach zusammen, was uns taugt und was nicht. Spannungsgeladen Ja, genau. Da hast du absolut recht. Ja, genau. Seht ihn euch an, das Sasquatch von Innsbruck. I have the first video of a Bigfoot. Ah, mir fällt die Hand gleich an. Yo, da haben wir die Sil, die Sil ist das, oder? I'll catch you. 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 How much is the fish? How much is the fish? 3,99 grams per kilo per kilo. 100 grams. 100 grams. 100 grams. Okay. Kann man leider nicht lesen. Schau, da ist die genaue Anzeige. Ah ja, schau. Weitere nicht. Weitere nicht. Wurz. 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 Das war's für heute. 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 Ich folge dem Führer. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.